wir sind wieder zurück bei mittlererde schatten des krieges ja okay an diesem sonntagabend hier fast zur primetime ist ja noch keine primetime und dann schauen wir mal wie es weiter geht hier eigentlich könnte ich jetzt wieder schlafen was gibt es da noch ist funktion offline what der hydra nicht möglich am arsch nachher hier bin ich doch gar nicht mehr wir machen weiter vier stunden und 56 minuten spiel schon aber erst neun prozent joh ich weiß ja gar nicht wo ich war ich weiß ja gar nicht wo ich war ich weiß ja gar was ich machen soll hier wollte ich hingehen was war hier tor des verräters ja mir in kiel steht kurz vor dem fall kann 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 vielleicht helfen doch um welchen preis oder muss ich hier was machen noch jetzt haben wir den gesamten aber gar nichts wort wahrscheinlich ja ich bin halt auch schlecht ich bin ja nicht so der normale spieler der plan hat sondern ich spiele halt ein spiel und jetzt irgendwie irgendwelche absichten zu haben wieso habe ich da noch nichts warum habe ich da noch nichts zerstöre das stammes monument des oberherrn viel zu gefährlich was ist das da unten logge den kommandanten des außen vor davor indem du wellen von feinden das hört sich nicht gut an flog der hut hat dich getötet ja schließe deine blutrache gegen ihn ab bevor er seine gefangenen tötet um bessere ausrüstung zu halten der flog hat mich ja gekillt die drecksau was war das für ein level aber nicht hier der legendäre oder ich mach blutrache blutrache wo ist er welche richtung welche richtung da unten da unten ist er irgendwo da unten was willst denn du du penner hau ab du arschloch ja 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 du auch noch du auch komm her du mach den plan ja 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 jetzt möchte ich den namen japaner weg daher ist da reitet erlotschaft aber Jetzt ist aber Ruhe her. Ihr Säge her, jetzt ist aber Ruhe her. Ruhe im Puff. Jetzt ist aber Ruhe her. Ruhe, Ruhe schwebt mich. Ich möchte Blut rachen. Kommt er? Komm. Komm Püppchen. Wo ist er? Flüchtet? Hä? Das hört sich nicht gut an. Ich reiß in den Körper. Eine Hinrichtung. Machen wir aus dem Henker einen Verurteilten. Oh, was wollt ihr denn, ihr Säge? Doch, ich habe doch gar keine Zeit. Oh nein, epischer. Für dich habe ich gar keine Zeit. Nein, für dich habe ich keinen Zeit. Oh, ihr Lutscher. Oh. Oh, meinst du. Oh. Oh, wir gehen. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 weg da weg da weg da weg da weg da weg da tschüss tschüss ich hab's eilig ich muss ja du leck mir am arsch jetzt muss er wieder da hoch wo ist er jetzt hier ich möchte blutrache ein epischer giftig erzirne durch flüche ich hab keinen fluch du argloch was soll ich jetzt nur mit dir machen das weiß ich auch nicht flog der hieb ja das mit der blutrache hat jetzt wohl nicht so geklappt ne nicht so ganz ne das hat nicht ganz so geklappt hat nicht so gar nicht geklappt das war die ganze so nicht ganz so die se yellow fromse eck die 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 Was macht denn so schönes Fallenlasen, du hörst? Hoppla, tschüssi! Heiler Maul! Er tötet mich, gell? Hat man gesehen, dass er mich tötet, gell? Wir müssen irgendwie da hoch! Komm ich da nicht hoch, scheiße! Da hoch? Scheiße, komm ich da nicht hoch! Och, Mann, ja! Ich bring dich um! Ihr kleinen Arschgeigen! Dann... Wir müssen irgendwie von oben... Hab ich Pfeile? Ja, ich hab Pfeile! Pfeile hab ich auf jeden Fall! Da hoch, wie komm er da hoch? Schlecht, gell? Schlecht! Ach doch, er kommt hoch! Stammt da nicht einer? Nö! Und hier steht einer? Ja! Kein Anstieg, was wir weg? Ich bin da ständig damit, dass uns noch ein Überfallkommando der Menschen in der Höhe ist! Ich glaube, du... Das war den Du-Duner! Das ist der Anstieg! Ach, du nach hier! Ach! 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 Ach, ach! Huch, mein Trink ist umgefallen. Mein Trink ist umgefallen. Muss ich irgendwie jetzt taktisch davor gehen? Ja, taktisch. Ah, das ist doch scheiß Köder, das ist Drecksvieh da. Ist da noch einer? No. Die sind ja eh blöd, die Orks. Die sehen mich ja eh nicht. Ja, die Orks sind schon ein bisschen bescheuert, gell? Wir müssen irgendwie da hoch und von oben irgendwie versuchen, da abzuschuckeln. Ja, ganz locker aus dem Handgelenk. Da oben ist keiner. Ein Festmahl findet statt. Die Luft stinkt nach Gork. Da ist da vorne. What? Scheiß die Wand an. Da ist da vorne. Das heißt, very bad. Very bad. Very bad. Ich rieche etwas. Das ist der verdammte Tag. Was ist der verdammte Tag? He ist der. Wo ist denn jetzt wieder? Wo ist denn? Who are you? Ja, halt dein Maul. Was wollt ihr schon tun? Wo ist er denn? Die singen jetzt doch anfangen Lieder singen oder was? Ja, hallo, sind wir beim Gesangsverein. Flock. Bönt mich so. Flocki bocki. Flock. Flock der Hieb. Der Hieb. Bist du grad der Hieb? Bist du grad der Hieb? Nein. Da ist irgendwie... Ist da unten nirgends ein Fass oder was? Die sind mit Hieb. Der Hieb ist nicht so wichtig. Andererseits ist mit der Hieb. Die sind mit Hieb. Die sind mit Hieb. Da, ich bin mit Hieb. Die sind mit Hieb. Ah. Du weißt doch, wie sehr ich es liebe, dich zu töten. Halt deinen Maul! Du hässliche Fuhrich her! Wenn die anderen nicht alle da wären, gell? Ja, halt Maul! Nein, du Arschloch! Nein! Es gibt keine Blutrache Arschlecken! Jetzt muss ich sich wieder gegenseitig machen. Er kämpft doch gegeneinander, ich denke! Das ist mir einfach zu stressig, das ist mir einfach zu viel, okay? Ich müsste so viel Blutrache machen hier gegen so viele, gell? Wir könnten hier Blutrache machen gegen... Aber da krieg ich nur 50 EP, das ist halt nicht grad viel, ne? Rush, der ist mir zu schwer. Das ist im Halle zu schwer. Es gibt auch nur EP. Wir könnten den ja kaputt machen, das Gossi. Wir könnten einen Skossi machen. Der ist nicht ganz so schwer. Das ist ein 6er. Aber das ist ein 12er. Ne, 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 ne. Der hat zwei Köpfige, der Horst. Der, der hat zu... Da hab ich überhaupt keine Chance. Ja. Da hab ich gar keine Chance. Ja, ich auch. Da hast du nie erfahren, wie es ist, für Tausende zu kämpfen. Jo. Wo schau mich da halt zum Busten runter? Na, ganz geschmeidig, ja. heiß Nun. Ne, nicht. Auf damit stehen wir wieder. Nein. Ich gehe élabend zu. Sieg nicht dabei. Nein, nein. Also aсяg. N�, sip. Die Orks, die sehen immer so geil aus. Ich bin vergiftet. Ich kann... Ich kann... Hallo, ich möchte mich gern bewegen. Herbeirufen? Ich kann... Was? Ich kann überhaupt nichts machen? Hallo? Ich kann mich... Ich... Ich bin... Entweder reagiert mein Controller nicht. Warte mal. Controller mal kurz rausmachen. Wollt er reinmachen? Nö? Hä? What? Äh... Where's my character? Ich weiß es nicht. Will ich mich jetzt verarschen? Spiel! Das hört sich nicht gut an. Du gehörst mir! Ich kann... Ich kann drücken, was ich will. Aber er macht ja nix, ne? Das Bild geht nicht mit. Ich renne hier rum, wie man sieht. Ja, halb's Maul! Aber das Bild... Moment. Ich beende mal. Ah, ich war ja letzt mal auf der Verfolgung. Auf der Verfolgung war ich's letzt mal. Äh... Ich horch. Start halt mal. Jo! Pussycat! Jo! Pussycat! Muss... Muss er sich kurz? Hä? Bis mal. Wo war der jetzt? Hä? Bin ich jetzt bekifft? Ich bin doch da runter gesprungen. Aber jetzt zeigt's mir das Gelbe nicht mal an. Oder ging's da lang? Oder da lang? Oder da lang? Ich glaub's ging da... Ich glaub's ging da... Ich glaub's ging da lang. Wo bin ich hier? Jetzt hängt er da. Wuppler! Runtergefallen! Wuppler! Runtergefallen! Wuppler! Runtergefallen! Wuppler! Ja, aber wo? Where are you my friend? I don't know! Halt dein Maul! Wuppler! Was ist hier für ne Mission? Da oben? Bald kommt der Tag, an dem wir einander nicht mehr bekriegen. Und dann wird Mittelerde uns... Außenposten Unduri Ballasch! Ab jetzt ist es für einer? Bitte kein epischer! Oder... Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrein. Töte... Feinde was? Hinrichtung, Tötung, Drei Stück. Ich brauche 3 Hinrichtungen, ok. Mal gucken, wo ist ein Gegner? Geh, schreie, schreie! Schreie, Schreie! Das war nichts, das war keine Hinrichtung, scheiße, die waren dann. Ich muss die da unten abmorgsen, die... Die... Was? 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 Gerne. Oh mein... Oh ne! Jetzt gibt doch... Jetzt gibt doch die 12, jetzt hau ich doch alle ihr 4 Ekrom her! Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das was? Was ist das? Ich hab keinen Mowler. Ich hab keinen Mowler. Er ist ein Hedgehogger. Ich hab keinen Mowler. Er ist ein Mowler. Schoss, ja. Ich könnte so gut auskriegen sie hier. Wir haben ja die Sekten hier. Haben die da irgendwo nen Fass? Nee, ja. Die haben dann nirgends nen Fass. Das glauben wir euch, halt dein Maul. Arschgeil, ja. Ja, Armu, 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 Armu! Mein Oberherr hat mir ein Kunstprojekt aufgegeben und gemeint, du wärst die perfekte Leitmann. Halt den Maul. Ja, ich bin doch so los hier. Ja. Es ist so dark. Was, wenn sie ihre Stadt verlieren? Wie viel Leben wird das kosten? Die Männer Gondors haben schon verloren. Doch wir bekämpfen Sauron an allen Fronten. Ich bin ja los. Ich bin doch los! Ja. Ich bin dann so los. Na, dann war's nur für den Gehörtenhaus. Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Lass sie nicht an mich heran! Ich dürfte es nach Blut. Hier werde ich doch etwas finden. Hier wird er. Ich versuche den Gehörtenhaus! Wunderbar, meine Gehörtenhaus! Ich werde dich nicht mehr verletzen! Ich werde dich schon bemerken! Ich werde dich in die Erwege mit dem Gehörtenhaus zurückblend sein! Ihr Penner herr, ihr Lutscher herr Oh, was ist das für ein riesen Vieh hier? Wo stehst du ein riesen Ding? Boah, was ist das für ein Deppchen wieder? Das ist ein Gstörter, halt dein Maul her Wendt er Hau Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Pernaja. Oh, ich muss halt da hinein, nein, nein! Ich möchte, ich möchte, ich möchte... Oh, nein, nein. Oh, nein! Ich hab... Arschkrambe, Arschkrambe. Oh, mein Laut, ja. Ich probier mal online. Ich probier mal online was. Kann ich? Ja, möchte ich doch. Nehmen wir mal... Wie kann ich online machen? Wie kann ich online machen? Habe ich ungeöffnete Kisten? Ne. Ich weiß nicht, wie ich online gehen kann. Okay sir. 8. 9. 10. 11. 12. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 20. Wo war das? Das war da hinten, gell? Community-Herausforderung, ja. Wir machen mal die Community-Herausforderung. Aha. Block der Großbegibs zum Auftrag, ja. Nein, du hast nichts gehört. 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 Ja, Pernaja, ihr Muppe-Gänger, ja. Da scheißen sie sich wieder ins Hemd, gell? Ja, du hast überhaupt nichts gehört. Ja, du hast nichts gehört. Ja. Du hast nichts gehört. Ja. Ja. Da hinten, ich muss da lang gehen. Da hinten, ich muss da lang gehen. Ich muss da lang gehen. Ich muss da lang gehen. ... Oh oh, oh oh... Lust und da... Was? Warum... 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 warum du erst am... Ach... Nein! Nein! Nein, 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 nein. Tron! 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 sein ja ich habe keine pfeile mehr oder was ich kriege da noch was wünschen du hier halt dein maul ja das meine ich ja nicht kriegst du wie ein schwein und dann stirbst du was soll die Angst nein Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Keine Ahnung. Ich wüsste das nicht, ich weiß nicht, Aufträge. Rache, räche andere Spieler, Online-Blut-Rache, schließe Online-Blut-Rache ab, ja. Aber ich wüsste nicht, wo das sein soll. Verstehst? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen soll. Sollen wir die mal ärgern da unten? Ich habe keine Pfeile mehr. Ah, da hinten sind Pfeile. Ah, da sind Pfeile. Jo, von mir aus. Ich würde gerne mal so Bierfass von denen hier abzuckeln. Ah, wir machen jetzt eine andere Mission. Äh, Niemandsland haben wir ja alle schon abgeschlossen. Die sind alle abgeschlossen. Äh, das fehlt mir eigentlich noch. Ja. Machen wir das. Armee? Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Das sind jetzt ja ein paar Kilometer, wo ich jetzt laufen muss, ja. Halt dein Maul, ja. Nämlich noch einfach dreckig her, dann haut er ja. Halt dein Maul, ja. Halt dein Maul, ja. Ja, das ist ja nerven, so. Ja, was, ich kann schon nicht hochspringen, oder was, du? Herr der Master, du bist auf Disasterring her. Ja. Ich sehe den dreckigen Tag. Oh, was willst du hier? Lass mich doch in Ruhe her. Stierpärr, Uhorch. Nervin G, Nervin G, genau. Jaaaa... Boah, das ist doch so'n blödes Vieh... Jaaaaaaaaaaaaaa... ...und es die Wahrheit um ihre Lügen zu weben... Jo... Oh... Jetzt kommt sie schon mal rein, würde ich sagen... Ja... Was? Was? Oh... Geh... Daniel... Nervensegen, ja. Die nerven mich halt, ja. Tschüss! Ich lauf nur mal kurz durch. Ich hab's eilig. Nein! Nein, der legendärte Wurmschlürmer. Ich bin vergiftet. Ah! Ah, nix wie fort, ja. Loll. Nee, du, nee, du. Da war aber gar nicht mehr. Der Wurmschlürmer. Keine guten Erfahrungen mit dem Wurmschlürmer. Arbeite gar nicht, ja. Schau auf mit dem, ja. Damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen. Wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmid? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel! Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion! Sieh durch meine Augen auf. Ihr Untergarten kommt von innen. Nein! 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 Das war doch... Das mit dem Verräter, oder? Wo mir war... Da sind wir letzt mal gescheitert. Weil sie Alarm geschlagen haben. Ja. Das ist ja die Stadt da, wo... Ja. Wir wissen, wie man den Verräter findet. Der Gollum war ja da, ne? Ein Räumtling schickt einen Boden zu ihm. Wir zeigen euch den... Gollum! Jo. Gollum! Das haben wir erst jetzt schon gemacht. Genau, jetzt hab ich's ja noch. Komm, lauf zu. Hopp, 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 hopp. Seht ihr? Die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie drohen. War ja die Spiders da, ne? Hier drüben! Ja, Alter. Ja, Alter. Die Spiders! Gollum! Wer weiß, ist doch egal. Verstimmt. Die kleinen stechen zu. Hammer, sie töten nicht. Ein tiefer, tiefer Schlaf. Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht. Und bringen Orkse zurück zu dunklen Herren, damit sie sie verschlingt. Ein schreckliches Schicksal. Was unsere Feinde fürchten, ist für uns vom Wert. Kommt, der Boot ist in der Nähe. Ja, ich weiß, Gollum. Gollum! Gollum. Ja komm, Gollum. Mach mal ein bisschen Poch an. Ja, was ist jetzt du lahm Arsch? Hopp, komm. Hopp, 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 hopp. Kommt, komm mal ein bisschen schneller. Ah, jetzt tiefste Scheiß-Stadt her. Ich brauch da einen Plan. Da, das ist der Bote. Folgt ihm und ihr führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Sein ist Kallgest, bin ich Häufling. Du? Häufling? Ha, 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 ha. Klar. Und eines Tages bin ich der dunkle Herrscher. Lache du nur. Du wirst es bereuen, wenn ich selber grüßt, hat mich was bewegt. Ich hab ihn! Ha! So lang war sein. Schieße. Die dürfen ja auch kein Alarm auslösen, ne? Ich darf ihn nicht töten. Den darf ich nicht töten. Oh, der Schleuder für den Depp. Der Schleuder drüben. Ich weiß, dass du ein kleines Vieh mal gebissen hast. Ich glaube, er hat sich etwas verfehlt. Es ist der Tag. 4 naja ob ich ja nicht verstehe Ja. Ich soll dem Boten folgen. Du bist nachlässig, dein Können erbärmlich. Wirst du ein Urug, würde ich dich vielleicht trainieren. Aber so töte ich dich nur. Ratak. Ratak. Leid mir vom Leid? Dir sag ich gar nicht. Lesbischen Feinden. Nein, ihn nicht abknuten. Nein, ihn nicht. Nein. Ich hab den Boten getötet. Ja, jetzt habt ihr euch alle nur eingeredet. Ich hab den Boten getötet. 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 Nein. Das ist wirklich faszinierend. Lasst die Untersuchung beginnen. Bubor. Das ist wirklich faszinierend. Du bist mein Abendessen. 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 Wenn der so reint, du musst ne Menge hergeweilig. Er ist so lang. Schleicht hier jemand herum? Was? Dafür wolltest du geholfen? Dieser elende Tag. Was wäre ein Verlustlust. Ich bin ein Verlustlust. Ah, komm. Bitte leben wir nicht. Марie ist das für dich. Ich bin ein Verlustlust. Flüttigt. Die sind sie für dich. Ich bin eine Verlustlust. Wo ist er jetzt? Er muss da unten sein. Da unten ist er. Menschenbrecher! Der Grabbander ist hier und hinter mir her! Ich hab nichts über den Verräter gesagt! So! Wie oft hab ich es euch gesagt! Redet niemals offen über den Verräter! Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel! Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer! Besiege den Häuptling! René, ich soll den Häuptling besiegen. Wie soll ich denn das machen? Schissi Kosti! Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in der Sitzel habe. Tja, von mir erfährst du nichts. Tja, von mir erfährst du nicht. Tja, von mir erfährst du nicht. Tja, von mir erfährst du nicht. Kalshoas. Tja, von mir erfährst du nicht. 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 Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, die muss ich alle machen, ja. Die hier. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wurm-Panatal, da habe ich gar keine Chance. Das ist Blutrache und das ist Blutrache. Ja, die sechs muss ich machen, ja. Boah, Guja. Das ist Blutrache und das ist Blutrache. Das ist Blutrache und das Blutrache. Das sieht nicht so gut aus, gell. Ich bin schon schön böse, gell. Ich bin schon schön böse. Blutrache und das Blutrache und das Blutrache und das Blutrache. War das der? Ich wollte doch hier Blutrache machen. Ich bin jetzt da oben. Ich bin jetzt hier. Ich brauche meine Blutrache. Die war hier, ne? Blutrache. Ja. Oh, los mit Ruhe, ja. Du Lutscher. Ich muss da irgendwie hoch, da rüber, da rum, da rechts rum. Ja. Witzch. Da, da, die schnelle Waldläufer, ja. Ah nein, ich bin nicht da. Da hoch muss ich, da hoch, da hoch, ja. Da hoch, da rüber. Und ganz da oben ist er. Okay. Okay. Der Karador, der blöde Penner. Die Viecher mag ich schon gar nicht, gell. Die Viecher mag ich schon gar nicht. Ja, da. No. Wollen wir mal irgendwie da hoch? Da oben. Genau über mir. Genau über mir. Das ist wieder eine andere Mission, die machen wir aber nicht. Die können wir am Arsch kratzen, Maul halten. Da kommen wir jetzt hoch. Dammit. Wie komm ich da hoch? Da drüben? Sack. Oh, nein. Ach, Maul halt, Maul halt, Maul halt. Ich bin zu klug für diesen Dreck. Du versuchst es doch tatsächlich noch einmal. Ich bin zu klug für diesen Dreck. Ich bin zu klug für den Dreck. Ich bin zu klug für den Dreck. Jetzt kommst du nicht davon. Bleib an oder werde angegriffen. Der Weg ist Krieg. Krieg ist Leben. Das muss weh sein. Du Arschlocher! Buczykowski! Oh, neun Bogen, neun Bogen! Neuer Bogen! Was hat er denn da für einen schönen Bogen? Oh, langen Bogen! Die 60% Chance per Fernkampftötung ein Elbengeschoss zu erhalten Töte einen Hauptmann mit einer Fernkampfwaffe! Oh, ne! Einer! Aber ich habe nur 4 Pfeile dafür! Geht's noch soo Yellow from the Eck, gell? Mit einer Fernkampffasse? Habe ich eigentlich Fähigkeiten? Punkt! Ich krieg schon Treffer bei Schaden Nahkampfwaffe! Ah! Wieso kann ich die nicht machen? Die könnte ich machen! Die könnte ich machen! Boden, Todesstoß! Right, Trigger und X gegen den Boden liegende Feinde aus und ganz! Ah! Verkürze die Dauer da in Richtung! Ah! Mordors Gegenstück! Nimm deine Lehrjahre und ersetze sie durch grausame Liste! Wo ist er? Er ist halt da oben! Ich muss irgendwie da hoch! Oh! 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 Ow! Bei dir die- Äh, what the jesus? Nicht ich gehe in eine Falle, Ork, sondern du. Triff drei Feine mit einem einzelnen Bereichsangriff. Ach nein. Bereichsangriff? Was ist denn das? Huh? Schleicht da jemand umher? Hilfe! Ich werde ja überleben! Ich verstehe den Waldläufer schlechter nicht, wenn er Waldläufer und der Hafen, warum behält er dann überhaupt? Vielleicht erzürnt es den Eindäufer, die gegen ihn kämpfen, oder es hilft ihm, seine Zaun zu schüren. Pfeile habe ich genug. Ist das ein Fliegen? Ist das ein Fliegen? Ach, ich habe halt nur vier Pfeile, ne? Ich brauche wieder ein paar Pfeile. Ich will einen Headshot machen. Ja. Mit einem einzelnen Bereichsangriff? War auch nicht. Das waren drei. What? Oh Gott! Scheiße! Soll ich noch ein Pfeile? Dammit! Soll ich nein dir Stunden, kannst du wissen, probieren Sie ihn mit drei Entfahren ... Oh Gott! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bringen wir es jetzt endlich hinter uns! Traum! Ich hab den Meister im Ort! Im Zweifel angreifen! Im Zweifel angreifen! Im Zweifel angreifen! Gah! Ich hab den Schein! 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 Au! Ach! Ich bin der schlagigste Krieger, Bordos! Ich steck deinen Kopf auf einen Wies! Glaubst du etwa, du wärst mir gefahren... Sports! NOOOOOOO! Wieso kommt da noch ein Zehner dazu? Halt deinen Maul, du Bälle-Bälle! Das ist ein Lotcher! Takra, takra! Du Arsch! Leck der Marsch! Ich habe wieder hier! Nein, nein, was macht er denn? Voll die Panik hier! Tja, ja, was ist die Panik hier? Oder was ist der ausgebrochen? Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Er zöhnt ja, leg mich am Arscher! Warum auch so viele? Ich habe keine Peile mehr gehabt! Ich lasse es jetzt für heute! Ich lasse es jetzt! Ah, trotzdem ein geiles Spiel! Und da mein Controller nicht so richtig funktioniert, ist es dann halt schwierig, wenn du eine Tasse drückst und die reagiert halt nicht gleich. Es macht halt gerade beim Kämpfen alles ein bisschen schwerer. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ein geiles Spiel! Ja! Nicht das so drückt! Was macht er denn jetzt? Nein! Ich gucke mal da runter, wo ich eigentlich hin will! Nein! Nein! Ja, danke! Ja! 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 Ja!